Hallo und herzlich willkommen bei Insider Week. In diesem Video bespreche ich die Handelsergebnisse der Kalenderwoche 50 im Rohstoff- und Futurehandel nach ZU-T-Daten. Bevor wir starten, kleinen Hinweis. Im Mitgliederbereich und auch auf unserer Webseite findest du einen Adventskalender. Jeden Tag gibt es eine Überraschung, deswegen verpasst du nicht die Möglichkeit, ein paar Geschenke einzusammeln. Nun zu den Trades. Wie immer beginnen wir mit Risikohinweis. Ich starte mit ZU-T1 Trading Konto, Kontogröße 1.020.000 Dollar und schauen wir uns welche Trades ich auf diesem Konto gemacht habe. Ich bin in die letzte Handelswoche gestartet mit der Watchlist. Auf der Kaufseite hatte ich Schweizer Franken, Cotton und auf der Verkaufseite Australien, Dollar, Säuben, Milch, Krutöl und Silber. Zu Beginn der Woche hatte ich keine offenen Trades und zum Ende der Woche, wie man sieht, habe ich einen offenen Trade. Und zwar in Schweizer Franken. Dort bin ich drei Kontrakte long. Im Laufe der Woche habe ich keine Gewinne realisiert, keine Position geschlossen. Und dementsprechend ist das Wochenergebnis gleich null. Wir fangen mit Schweizer Franken an. Das war der einzige Trade, den ich die Woche eingegangen bin. Und zwar sehen wir hier, dass ich ein Kaufsignal bekommen habe in Wochentrendrichtung. Diesen Kaufsignal habe ich abgeleitet nach COT-Daten. Dann bin ich auf den Tageschart gegangen und dort auf das richtige Timing gewartet. Unser Einstiegspartner ist entstanden. Die Position wurde eröffnet mit drei Long-Kontrakten. So mein Risk-Revert-Ratio oder auf Deutsch CRV ist 3 zu 1. Ich riskiere bei diesem Trade 0,5% von meinem Trading-Konto. So in anderen Märkten von The Watches gab es keine Einstiege, weil unser Szenario hier sich nicht bewahrheitet hat. Also der Markt lief in andere Richtung und dementsprechend unsere Voraussetzungen wurden nicht erfüllt, damit wir bereit wären hier unser Geld zu riskieren. Und wenn wir uns den Markt anschauen im Cotton, im Cotton sehen wir, dass die Korrektur sich weiter nach unten fortgesetzt hat. Im Australien-Dollar ist unser Einstiegspartner nicht entstanden. So in Säubigen-Mail genau das gleiche. Schauen wir uns Crude-Öl an, auch hier. Das Einstiegspartner ist nicht entstanden, die Korrektur war nicht hoch genug. So schauen wir uns den nächsten Markt an und wir sehen hier im Silber. Im Silber ist unser Szenario entstanden, aber erst am Freitag. Deswegen haben wir hier auch keinen Trade machen können. So ich handele auch ein kleines Konto in Höhe von 30.000 Dollar, sogenannte Start-Up-Trading-Konto. Auf diesem Konto wurde keine Trades gemacht im Laufe der Woche. Jetzt kommen wir zum COT2-Trading-Konto. Account-Höhe ist 515.000 Dollar. So Start-Account war 50.000 Dollar. Somit haben wir 465.000 Dollar hier gewinnt. Das ist die Equity-Kurve und auf diesem Konto, wie gesagt, wurden keine Trades getätigt. Einige Trades haben wir versucht zu eröffnen, wurden aber nicht getriggert, weil der Markt in eine andere Richtung lief. Und dementsprechend keine Trades wurden gemacht und das Wochenergebnis beträgt 0. Das war es von uns für heute. Ich wünsche dir und deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit, besinnliche Zeit im Kreise der Familie. So, wir gehen auch, InsideWi geht auch in die Ferien oder in den Urlaub. Wir kommen wieder zurück im Januar. Deswegen wünsche ich dir auch ein Happy New Year oder einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin, mach deine Hausaufgaben, werte dein Jahr aus. Freue dich darüber, was du gut gemacht hast und setze die Ziele für das nächste Jahr, was du besser machen konntest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr. Wir sehen uns im Januar. Wir sehen uns im Januar.